Wenn ihr wissen wollt, wie ihr am Gewinnspiel teilnehmen könnt, dann bleibt dabei! Tagchen, Leute! Tagchen! Ja, ihr seht es ja schon im Titel, heute geht es um... 10.000 Abonnenten und dafür wollen wir uns zuallererst 10.000 Mal für jeden bei euch bedanken. Also, würde ich sagen, legen wir los, oder? Dankeschön! Herzlichen Dank! Dir da draußen, danke! Danke! Auch dir da an der Ecke, Dankeschön! Danke, 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 danke! Danke! Eine Ewigkeit später! Danke! So, die 10.000 Mal Danke hätten wir jetzt geschafft. Anlässlich dieses wunderschöne Ereignisses, also dem Erreichen dieser 10.000 Abonnenten, was wirklich so ein richtiger Meilenstein für uns war, den wir halt uns auch gesetzt haben, haben wir natürlich wieder eine kleine oder vielleicht nicht so kleine Verlosung vorbereitet. Für diese Verlosung haben wir einige Shops angeschrieben und haben mal gefragt, was ihr uns so alles zuschicken könnt. Und wir haben wirklich jede Menge Zeug für euch zur Verlosung zugeschickt bekommen. Und genau diese Verlosung beginnt jetzt! Der erste Shop, der uns was zur Verfügung gestellt hat, ist Begadi. Und zwar zwei Sets bestehend aus jeweils... ...einem Hiker Survival Kit von FIBEGA und einem Begadi BX Shortcut Messer. Einmal mit Scandi-Schliff und einmal mit Flachschliff. Jeweils ein Set bekommt ihr. Von der Firma Holterforce gesponsert verlosen wir ein... ...Automesser und zwar das OK1. Ist wieder ein Mora-ähnliches Messer, diesmal aber aus Carbon-Stahl und hat hier auch noch so eine kleine Skala auf der Schneide und ist auch nett schwarz lackiert. Schön gedeckte Farben. Geht raus an euch! Geht auch raus! Der nächste Shop, der uns was zugeschickt hat, ist Nature's Adventure. Und von diesem Shop haben wir bekommen eine Handkettensäge, zwei Paracord-Schlüsselanhänger mit jeweils anderthalb Meter Paracord drauf und so ein Paracord-Survival-Armband, was durch die Metallschließe lenkverstellbar ist. Aber das Set gibt es ja nicht nur einmal zum Verlosen, sondern... Fünfmal! Also fünf Sets davon raus an euch! Richtig! Ja, das nächste kommt vom Prepper-Shop und zwar ein maskulines, großes Messer. Das ist das Miguel Nieto Survival-Messer. Ist ein spanischer Hersteller, der den Vertrieb durch Herberts in Deutschland hat. Sehr maskuline Klinge, ziemlich brachial, kann man gut mit Beton, ist auch Full-Tank. Das wird natürlich nur an über 18-Jährige verlost. Darauf bitte achten! Von der Firma Slingshot Germany gibt es fünfmal zu verlosen! Die Zwille, und zwar das Modell Hunter mit circa 50 bis 100 Kugeln dazu. Gutes Anfängerset und wir lieben diese Naturholz-Optik. Also, fünfmal schöne Natur-Uhr-Steinschleuder. Viel Spaß damit! Vom Shop Sicherstadt, auch jedem von euch bestimmten Begriff, haben wir auch etwas wunderschönes zugeschickt bekommen. Und zwar den Optimus Crooks Light Kocher. Plus Gaskartusche. Ziemlich nice Set, könnt ihr ordentlich im Wald was berutzeln. Geht genau so an euch raus. Direkt startklar. Holger von CamoStore hat uns zur Verlosung zwei schöne Messerchen geliefert. Und zwar die Klassiker von Mora. Und zwar die Kompagnon Messer in der Militärausführung. Super scharf. Wir haben es schon getestet. Also, da wird jeder von euch eine Menge Spaß mit haben. Ich gehe jeweils eins davon raus. Also zwei insgesamt. Der nächste Gegenstand ist von der Firma... Bushcraft Essentials. Ist bestimmt auch jedem ein Begriff. Und zwar haben wir die Bushpox XL in der Profi-Version quasi zugeschickt bekommen. Mit Topfauflage und Grillrost. Schönes Set für den Hobo-Kocher draußen, ohne halt ein großes Lagerfeuer machen zu müssen. Geht auch an euch raus. Sehr nice. Vom Shop Abramo Security geht ein riesiger 511 Rush 12 Rucksack raus. Richtig nice das Ding. Robust. Geil. Willkommen da. Alle gesponserten Gegenstände und die Shops haben wir euch in der Videobeschreibung verlinkt, damit ihr nochmal nachgucken könnt. Ja, Gerrit, kurze Frage noch zum Schluss. Wie können sie denn nun gewinnen? Ja, das ist eine ganz einfache Geschichte. Zuallererst müsst ihr Abonnenten unseres Kanals sein. Was ihr wahrscheinlich sowieso schon seid, weil ihr das Video offensichtlich gerade schaut. Und dann trennt euch nur noch zwei kleine Sachen von einem potenziellen Gewinn. Die erste ist, einfach mal kurz auf den Daumen am Video klicken. Und die zweite ist, ein kleines Kommi dazulassen, was ihr denn gerne gewinnen würdet und gerade warum ihr das gerne gewinnen würdet. Das würde uns wirklich mal brennend interessieren. Wir freuen uns auf jeden Fall schon auf das Jahr 2017 und auf all die tollen Dinge, die wir vorhaben und die ihr dann natürlich auch in unseren Videos zu Gesicht bekommen könnt. Ja, wir wünschen euch schon mal ein frohes neues Jahr. Rutscht gut rein und ja, bis zum nächsten Jahr. Ciao. Anlässlich. Anlässlich. Anlässlich, sag mal. Entschuldigung, okay. Jetzt ist doch gut. Hä, aber was willst du jetzt nochmal machen? Ich kenn ihn doch. Okay. Ah. Ja. Alles. Es war so klar, es war so klar. Ja. Der scheiß Kerl. Ich liebe das.